Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir bleiben bei unseren dramatischen Transformationen zur Vorbereitung auf die DSH-Prüfung. Wir sind auf Seite 3 unseres Themas Gehirndoping. Die Quelle des Lesetextes finden Sie unten. Bitte transformieren Sie nach meinen Anweisungen das kursiv gedruckte, ohne den Sinn des Satzes zu verändern. Nummer 8. Besonders in den USA ist der Griff zur Pille sehr beliebt. Nehmen Sie das Verb. Nummer 9. Der Amerikaner will in Ausbildung und Beruf um jeden Preis weiterkommen. Verwenden Sie eine Modalverbumschreibung. Und Nummer 10. Man befürchtet einen Übergriff dieses Trends auch auf Deutschland. Bilden Sie das Passiv und bilden Sie eine Verbalisierung. Ich werde Ihnen im Beschreibungsteil des Videos die Lösung nachliefern. Und wünsche Ihnen, sollten Sie vor einer Prüfung stehen, natürlich Erfolg in der Prüfung. Ich sage Tschüss. Ich sage Tschüss.